So, hier dann mal als kleines Projektvideo einen total verrostlichen Rechner wirklich total überall irgendwie Boden sieht auch ganz nett aus Grafikkarte ebenfalls alles total im Eimer aus dem Schrauben bei der Grafikkarte das da kraxelt ein bisschen, aber das läuft auch noch so, und war noch mal Funktioniert noch Probleme Tja das waren noch solide damals was man Assosports noch benutzen konnte die nicht irgendwie nach Blamo oder nahe die Hufe hochgerissen haben Das Ding hier hat den Wasserscheiden mitgemacht und läuft immer noch der 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 der